Es gibt kein Rezept für die Dauer. Es gibt nichts. Der einzige Weg auf Dauer, auf etwas Dauerhaftes. Der Wind, das Gras, das bewegt sich im Gras. Das ist Dauer. Das ist Dauerhaft. Die Dauer hat mit den Jahren zu tun, mit den Jahrzehnten, mit unserer Lebenszeit. Die Dauer ist das Lebensgefühl.